Ja, wir sind wieder unterwegs. Heute sind wir im Lauen Turm in Bautzen. Das ist ja auch so ein Gebäude, das ganz viele nur von außen kennen. Die meisten Menschen hier in der Stadt gehen ja fast täglich daran vorbei, aber viele haben es noch nie von innen gesehen. Wozu ich bis jetzt auch gezählt habe und ich kann auf jeden Fall sagen, es sind relativ viele Stufen zu erklimmen, bis man oben ist. Aber auf dem Weg kann man auch ein paar interessante Sachen entdecken, da sind Ausstellungen und wer Kunst interessiert ist, kann da auch tolle Bilder von verschiedenen Künstlern entdecken. Ja, der Lauen Turm ist wohl lange Zeit mal ein Gefängnisturm gewesen und ich finde es passt eigentlich ganz gut zu so einem Gauner wie mir. Der Sound hier oben ist eigentlich ganz angenehm, um Musik zu machen. Einzig die Dohlen, die hier oben nisten, haben uns hier ein bisschen Schwierigkeiten bereitet. Die hatten nämlich das Bedürfnis mit zu singen. Ja, wir haben sie auch einfach gelassen. Für mich auf jeden Fall das Highlight hier während der Aufnahme, die singenden Dohlen. und wenn man es dann geschafft hat, die Stufen zu erklimmen und seine Höhenangst zu überwinden, so wie ich, dann wird man mit einer verdammt guten Aussicht belohnt. 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10. Untertitelung des ZDF, 2020